ein euro lassen wir gucken ob wir so ein verbrecher fangen können hier den Kaspar brauchen wir mindestens dreimal dann kriegen wir zehn Freispiele bis zu vier zusätzliche Wild Symbole bis zu Faktor x4 ja jawohl Täter gefasst dann alle mal los oh mal drei schon jetzt das Symbol haben wir die Zähne wird auch zu Wild das ist ja schon mal gut sehr schön was manor er in wiat ja 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 Ah, gönnt er uns Kind mehr. Oh, letzter Fallspiel schon wieder. Ne, bleibt dabei. Macht da keins mehr auf. So, Kassensturz. 110. Na ja, arm nicht arm. Mal gucken, ob sie noch mal gucken. So, Kassensturz. So, Kassensturz. So, Kassensturz. So, Kassensturz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jawohl! Jawohl! Nein! Hat ja unsere Karte da noch was gebracht. Jawohl! Da sind sie! Jawohl! Und zeig mal was du für uns hast. Neue haben wir schon mal. Und da kommt auch dazu. Na, da musst du noch was drin packen. Oh! Drei Symbole. Könnte was werden. Genau. Die anderen Lube waren besser. Der Multiplikator reicht nicht. Eins ist ganz schön lütt. Letzte Beispiel. wenn es keine verlängerung gibt ja 8 euro wie vorhin na gut so wechseln wir noch mal ein ründchen stark behaupten